So Leute, willkommen zurück, Kingdoms of Amalur. Ja, wir sind jetzt auf dem Weg Richtung... Wow, Transportkisten! Greift uns doch einfach dieser Bär an. Oh, ich dachte eigentlich, er hätte einen Dietrich einstecken. Äh, naja, 19 Gold nehme ich auch hin. Ich will jetzt vorher nur noch mal in die Stadt beim Schmied gucken, ein paar Dietrich einkaufen. Und dann schauen wir mal. Dann werden wir uns auf jeden Fall Richtung Transportkisten begeben. Ganz schicke Sache auf jeden Fall. Aber seht mal, jetzt in HD sehen diese Lichteffekte noch schöner aus. Sehr schön gemacht. So, Schmied, ich komme. Bam! Kisten zerstören macht auch super viel Spaß. So, jetzt schauen wir nur mal hier. Weil wir haben ja noch etliche Teile zum Zerlegen hier. Äh, leitender Hammer. Nein, ich will lieber Schwert spielen. Ich habe keine Lust auf einen Hammer. Äh, okay. Haben wir bekommen. Äh, die Gamaschen. Äh, sind jetzt nicht so pralle. Edler Eisenhammer. Nein, ich will keinen Hammer. Knappes Hammer? Nein. Äh, ich will trotzdem noch keinen Hammer. Primitive Baumwollhandwickel. Nein, brauchen wir auch nicht. Standhafte Kutte. Ich bin kein Magier. Den Helm brauchen wir auch nicht. Stärkendes Langschwert. Äh, da ist uns auf jeden Fall sehr viel geiler. Und jetzt können wir mal gucken, ob wir wieder was herstellen können. Äh, Langschwert. Äh, Zepter. Waffen, Krieger. Stulpen. Stulpen können wir herstellen. Kettenhandschuh. Hauptkomponente. Ähm, anscheinend habe ich noch keine, ähm, Bonusteile. Oder kann das halt einfach noch nicht machen. Ähm, aber wir stellen jetzt mal einen Kettenhandschuh her. Nicht? Ah, okay. Es fehlt noch eine Komponente. Das ist doof. Aber so ein Langschwert könnten wir doch eigentlich herstellen, denke ich. Herstellen? Ach so. Einfach schaden das Heft. Okay. Ah, ich muss erst durchklicken. Ah. Fünf Prozent mehr Leben. Vorschaut. Äh, klar. Äh, nennen wir es doch einfach mal... Ähm, Illuminati. 18 Körperschaden, 5 Durchbruchungsschaden, plus 5 Leben. Äh, schicke Sache. Aber ich glaube, unser Schwert ist trotzdem noch besser. Ähm. Okay, das macht noch Feuerschaden. Ist aber doch eine ganze Ecke heftiger. Äh, Faisonwars, du wirst wiederkommen. Ich bin mir ziemlich sicher. So, Schmiede nutzen, zerlegen. Wir bauen Faisonwars erst mal auseinander. Und schauen mal, ob wir jetzt denn die Stulpen hinbekommen. Ah, okay. Standardkomponente. Äh, plus 8 Rüstung, plus ein Erfahrungsbonus. Ähm. Ist jetzt nicht so viel, dann nehme ich lieber erst mal die Rüstung. Und stelle mir mal die Stulpen her. Äh, Faisons... Stulpen. Sehr schick, sehr schick. Auf jeden Fall. Dann schauen wir mal, äh, inwiefern die gut sind. Äh, Faisonsstulpen. Äh, auf jeden Fall... Ganz schick. Macht 7, äh... Bisschen mehr Rüstung, auf jeden Fall. Sehen eigentlich auch ganz schick aus. Gut, äh, Setbonus. Was geht uns da jetzt verloren? 10 Elementarresistenz. Pfff, Gott. Ist so, wie es ist. Dann können wir ja theoretisch die... Ach, Shepard's Rüstung können wir gar nicht zerlegen. Okay. Ähm. Versuchen wir nochmal ein Langschwert zu basteln. Eisenklinge. Aber hier habe ich nur dieselben Teile. Nee, nee, nee. Abbrechen, abbrechen. Äh, Dolche könnte ich herstellen. Äh, hier fehlen uns die Materialien für. Hier auch. Ähm. Ein Hammer herstellen. Gut, ich könnte mir natürlich, falls ich mal Schurke spielen will, äh, Dolche herstellen. Aber, nee, die sind auch nicht pralle. Da hebe ich mir das lieber nochmal auf. Und, äh, schauen wir mal. Was ist denn? Kann ich euch helfen? Du kannst mir bestimmt helfen. Erstmal... Ach, wobei, bevor wir reparieren... Ähm. Ich werde hier sein. Ich wollte ja erstmal dieses Reparaturset ausprobieren. Ähm. Ist das unter Accessoires? Nein. Das ist vielleicht unter Gegenstände. Teilekiste. Ja, Gänzensack. Gemmenbeutel. Gemme... Bla, bla, bla. Ah, okay. Damit kann ich es reparieren. Fünf Reparatur-Kits. Wir reparieren jetzt einfach mal alles. Aber ich glaube, es hat nicht gereicht, um komplett alles zu reparieren. Kettenbeinpanzer. Na gut. Für zehn Gold. Das ist echt geschenkt. Ich werde hier sein. So, jetzt schauen wir nochmal. Willkommen. Ich glaube, die hat auch keine Dietriche verkauft. Willkommen in Borhardt, der letzten Siedlung vor den Pfeilanden. Wie kann ich euer Gepäck heute füllen? Äh. Erodierende Dolche. Eisen-Großschwert. Äh. Alles schön und gut. Ähm. Nein. Ich hätte gerne... Dietrich. Wackerer Ring. Okay, der ist ein bisschen teuer. Dietrich, äh. 16 Stück. Gut, das war jetzt teuer, aber... Die kann man auf jeden Fall immer mal wieder gebrauchen. Kommt, bleib mal wieder. Sehr praktische Sache, das. Gut. Wir sind repariert. Äh. Wir haben ein bisschen neue Sachen geschmiedet. Das leuchtet jetzt fast nicht mehr so schön. Aber macht auf jeden Fall ein bisschen mehr Damage. Und jetzt machen wir uns mal auf hoch zu den Kisten. Damit wir hier mal langsam vorankommen. Ihr seht, das Spiel ist sehr komplex. Macht auch super viel Spaß. Ähm. Blümchen pflücken. Da muss ich dann auch mal schauen, dass ich meine Alchemie-Fähigkeit ein bisschen verbessere. Früher oder später werde ich das bestimmt schon mal hinbekommen. Damit ich dann auf jeden Fall auch mal so ein paar coole Tränke herstellen kann. Aber jetzt hauen wir ja erstmal ordentlich auf die Mütze. Das gehört mir. Ui. Den hat's aber sehr schnell zerlegt. Genauso wie die. Und den auch. Haben wir noch einen hier? Ja, da ist doch einer raus. Bam. So, erstmal gucken, was es hier Schönes gibt. 13 Gold. Äh, was hast du hier für uns? Schatzsack. Standhafter Helm. Ja, den schauen wir uns aber erstmal an. Äh. Äh, nimmt sich nicht viel. Ich behalte vielleicht... Ich behalte meinen. So. Äh, Kisten, Kisten, Kisten. Sehr leicht. Ja, dann machen wir so doch mal auf. Ja, das gibt nix. Komm, komm, komm. Ah, fast. Komm schon. Geh auf. Weil ich der Meinung war, dass ich die hier schon mal aufgemacht hab. Egal, alles mitnehmen kann man auseinanderbauen. Zreng bezwang im Kampf sie ehrlich. Den Fenian-Kreislauf warte. Blümchen pflücken. Der Lohn, ob er konnte die Maid wohl entzücken. Nichts als schwere Last auf ihrem Rücken. So, okay. Dann haben wir hier die Kisten schon mal. Sie lebte unter Sterblichen und handelte mit ihnen. Die ganze Stadt in Furcht nun stand. Vor allem unter der Stimme. So. Ne, für die nehme ich nicht meinen Abrechnungsmodus. Das lohnt nicht. Bäm. So. Okay. Was haben wir hier? Verlassener Rucksack. Äh, wir nehmen alles mit. Auf zu den nächsten Kisten, würde ich sagen. Äh. Badabadabadam. Da oben sind sie. Weiß gar nicht. Hab ich jetzt sieben? Brauch nur noch drei? Ich hab jetzt eben nicht so ganz mitgezählt. Hab auch nicht drauf geachtet. Ah, okay. Acht Kisten. Die Leiche von ihm liegt ja immer noch um. So. Dann haben wir die Aufgabe auf jeden Fall gleich fertig hier. Haben wir hier in dem Kahn noch irgendwas? Novitzen-Schnüre. Ja, das nehmen wir jetzt auf jeden Fall mal alles mit. Auf jeden Fall ziemlich gut zum Schmieden. So. Da hinten ist noch eine Kiste. Aber erst mal die hier kaputt. Ah, da steht noch eine Druhe. Ich glaube, die hab ich beim letzten Mal auch übersehen. Spears Langbogen. So. Und da die letzte Kiste. Sehr schön. Zunanne-Hanri zurückkehren. Ja, machen wir das auf jeden Fall mal. Und dann müssen wir auf jeden Fall auch schauen, dass wir mal langsam nach hier hinten weiterkommen. Aber erst mal geht's retour zunanne. Ich würde mich freuen, wenn sie mir ganz viel Geld dafür gibt. Äh, Moment. Ich laufe schon wieder in die falsche Richtung. So, jetzt sind wir richtig. Es ist wirklich sehr weitläufig hier. Meinetwegen könnten die Strecken noch ein Stück kürzer sein. Wobei man natürlich in anderen Rollenspielen auch mehr als genug laufen muss. Und meinetwegen könnten die Gegner jetzt noch ein bisschen stärker sein. Um hier noch ein bisschen mehr, äh, Spaß zu haben. Übrigens, äh, das hab ich jetzt mal so nebenbei rausgefunden. Wenn ihr die Taste H drückt... Warum geht das jetzt grad nicht? Äh, jedenfalls könnt ihr dann irgendwie in diesen, äh, aggressiven Modus schlüpfen. Und dann könnt ihr auch Zivilisten auseinandernehmen. Äh, wollen wir jetzt natürlich nicht machen. Aber wäre eine Möglichkeit. Eine Feier in Gorhardt. So, da ist Nanna. Alle in Gorhardt reden über die Angriffe. Es heißt, dass sich die Rote Legion in die Schatten zurückzieht, aus denen sie gekommen ist. Das verdanken wir alles euch. Ihr habt die Formel gefunden und zerstört. Ihr mögt vielleicht glauben, ihr würdet die Auswirkungen dieser Tat begreifen, aber da täuscht ihr euch. Ihr seid ein Freund dieses Dorfes und von mir, Nanna Hanri. Nehmt dies. Es ist nicht viel, aber es vermittelt euch einen Eindruck meiner Dankbarkeit. 660 Gold, knappes Robin. Joa, ein paar Tränke. Sehr schöne Sache. Auf jeden Fall. So. Okay, äh, dann schlüpfen wir jetzt aber erstmal weiter hier raus. Aber ich glaube, ich werde noch die paar Teile zerlegen, die ich jetzt hier bekommen habe. Wenn wir schon mal hier sind. Lü 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 lü. Ich hoffe, ich kann auch irgendwann diese Reparaturkits herstellen. So, knappes Robin brauchen wir nicht. Baumwollstoff, nehmen wir Baumwollkutte, weg damit Äh, Kupfer-Talisman Ne, weg damit Speas-Langbogen Da muss ich in der Tat nochmal gucken Standhafter Kuras Äh, 35 Das kann sein, dass der ein bisschen besser ist sogar Genauso wie der standhafte Helm Da schaue ich nochmal nach jetzt Inventar Waffen, erstmal sekundär Speas-Langbogen Äh, ne, da ist unser besser Das heißt, den können wir zerlegen Äh, Rüstung Standhafter Helm Gut, nein, nein, nein Aber Plus 5 Rüstung, ne Ne, uns ist es besser Dann können wir das auch ohne Bedenken zerlegen Einfache Bänder So, können wir wieder was herstellen Krieger, ne Kuras können wir herstellen Weil ich glaube, die selbstgebauten Sachen, die sind schon gar nicht schlecht Plus 8 Rüstung Edler Eisen-Kuras Bauen wir doch mal Ist, glaube ich, jetzt sogar eine ganze Ecke besser Ähm 39 Rüstung Zu 47 Äh Gut, da verlieren wir Einen Set-Bonus Äh, Mana-Regeneration Jetzt nicht so wichtig Gut, wir sehen langsam wieder so ein bisschen Hippie-mäßig aus Aber das soll jetzt auch nicht schlimm sein So Dann können wir jetzt mal weiterhuschen Beziehungsweise Ähm Bleibt erstmal gespannt Was beim nächsten Mal abgeht Und ich sag mal Bis dahin Viel Spaß mit dem Video Ich hoffe, ich kann euch das Spiel immer mehr schmackhaft machen Und sage mal Bis denne Euer Gobbo Lieb euch